Hallo Leute, ich bin jetzt euer Drehgummi. Wir sind heute genau nach einem Jahr zurück in Bikepark Serfer aus Fisladis. Heute mit einer größeren Crew. Mit dabei ist der Ben, Michael, Roman, mit Vollvisierhelm und der Svetlin. Also wir sind heute den ganzen Tag Bikepark Serfer aus Fisladis bevor wir morgen nach Sölden wette fahren. Ja, gehen wir's an. Geil, geil, geil. Wuhu, schau nach. Yes, yeah, wuhu, geil. Hast du schon ein Video drauf? Ja, da sind wir beide gefahren nochmal. Ja, da hätten wir auch fahren können. Ja. Ja. Wenn irgendwas ist, schreie. Hilf ihn. Wow, wow. Wow, wow. Fuck. Wow. Woah. Wow. Wow. Ja, das geht schon ein Pügel in die Richtung Heroin, oder? Ja. Ja. Ja, das ist schwer. Warte! Warte! Oh, hey da. Oh, hey da. Nichts passiert. Boah, der hat aber jetzt mega spektakulär ausgeschaut. Sicher nichts passiert? Nein, nichts passiert. Oh, hey da. Det ist vorsichtig. Oh, hey da. Oh, hey da. Oh, hey da. Oh, hey da. Oh, hey. Oh, hey da. Oh, hey da. Oh, hey da. Oh. Oh, hey da. Schockt man jetzt. Boah, hier war ein Hammer. Boah, hey, jetzt war ich draußen mit dem Haxen. Ich bin da. Boah, wieder. Alter, wie los. So war ein Bergsteuer die ganze Zeit. So war ein Bergsteuer die ganze Zeit. So war ein Bergsteuer. Oh, hey, da. So war ein Bergsteuer. So war ein Bergsteuer. Er war ein Bergsteuer. Ja, ein Bergsteuer. Der war ein Bergsteuer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh 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 You Guys Ja Wunder Oh 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 Oh